MyBodyFeeling, Cosmetic Solution. Jetzt sind wir hier an dem Stand. Was haben Sie Schönes anzubieten? Hallo, mein Name ist Jutta Mechler und ich biete dauerhafte Haarenfernung an mit einer ganz neuartigen, modernen Lichttechnologie. Das heißt einmal mit IPL, intensiv pulsierendes Licht, SHR, Super Hair Removal und Radiofrequenz, wo nochmal mit Hilfe von Strom die Haarwurzeln zusätzlich erwärmt werden, sodass auch eine sanfte und schone, vor allem sehr schmerzarme Behandlung garantiert werden kann. Zu 95% auch die Garantie, dass die Haare dauerhaft entfernt werden. Man hat letztendlich ein besseres Körpergefühl, man fühlt sich einfach viel wohler, wenn eben halt keine störenden, lästigen Härchen mehr da sind. Sie können mich erreichen unter der Webseite www.mybodyfeeling.de und wir machen dort ein persönliches Beratungsgespräch und geben Ihnen dort nähere Informationen. Zu Ihnen kommen auch Männer? Selbstverständlich, gerade Männer, da ist der Bedarf momentan auch sehr hoch, gerade junge Männer, ältere Männer, die wollen sich natürlich auch wieder jung fühlen, attraktiver fühlen. Viele stört es gerade im Sommer, wenn sie anfangen zu schwitzen, eben halt die lästigen Rückenbehaarungen, die eben halt manchmal nicht gerade so schön ist oder Brust, Brust, Bauchbereich wird natürlich sehr viel behandelt. Oder auch natürlich mittlerweile sehr viel die Achseln und natürlich auch viele, viele andere Zonen, die man behandeln kann. Also Anruf genügt, bei Ihnen vorbeikommen, behandeln lassen? Ganz genau so sieht es aus. Ich biete hier auch natürlich noch eine Gratisbehandlung an, dass man das einfach mal testen, sich selber überzeugen kann von dieser schmerzfreien, schmerzarmen Methode, von der Lichttechnologie, die eben halt auch kein Laser ist. Viele vertun sich und denken, das ist Laser. Nein, das ist eine sanfte, reine, wirksame Lichttechnologie. Vielen Dank für das Interview, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.